Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Klar, das gibt hier Einwurf. Chance zur Flanke jetzt. Neymar jetzt. Kimbembe. Martial. Super dazwischen gegangen. Jetzt Neymar im Ball. Die Bayern über die Seite jetzt. Martial. Kimmich. Und jetzt Marquinhos. Monté. Jetzt haben sie den Ball wieder. Der FC Bayern. Schöner Pass. Was macht er draus? Frankel kommt weit. Die Kopfball Chance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wurde er da am Ende zu viel. Das war vom Timing nix. いつCH Go, go, go. http Oh, coke. Work. Weg. iv Und jetzt gehen sie über die Flügel. Nun Neymar, Kimbembe. Auf außen ist Platz. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er steht gut und hat den Ball. Ist hier immer noch am Ball. Macht er gut. Die Reingabe kommt an den langen Pfosten. Ja, das wird weg. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Er konnte den Ball nicht verwerten. Chance vertan. Da müssen sie aufpassen jetzt. Sehr gut aufgepasst. Spiel geht mit einem Wurf weiter. Jetzt vielleicht die Flanke. Die Situation bereinigt von Kimmich. Conte. Martial. Kane. Odla Borte. Die Mitspieler bieten Sieg an. Figueroa Conte. Contes Pass angefangen. Gute Aktion. Fängt diesen Ball ab. Martial. Kimbembe. Wie gesagt, ein richtiger Schnäuzer dauert vier bis sechs Monate. Jetzt habe ich noch meinen Schnäuzer fünf Monate. Der kommt dazwischen. Nicht rasiert, Alter. Aber ich habe immer noch keinen richtigen Schnäuzer. Ich habe so einen schwachen Schnäuzer. Ich habe gelesen, das dauert vier bis sechs Monate, dass man so einen richtigen Hippie-Schnurbert hat. Aber ich habe einen schwachen Schnurbert. Fünf Monate wachsen lassen, ich habe immer noch einen schwachen Schnurbert. Ich habe einen schwachen Schnäuzer. Ich muss meinen Schnäuzer mal wirklich ein Jahr gar nicht rasieren. Ich muss meinen Schnäuzer mal ein Jahr lang wachsen lassen, damit ich einen richtigen Schnäuzer habe. Jetzt ist die Kugel weg. Kimbembe. Er ist die Kugel. Vielen Dank.